Bordon! Und da ist das Tor! Ebener sind nicht auf der rechte und dritte Minute, der VfB führt. Bordon. Ich bin nicht wundern, wenn er das mal direkt probierte. Na also. Unfassbar. Jetzt müssen wir da eine Mauer hinstellen, das muss Felix Mahler doch mal mit den Jungs diskutieren. Bordon. Das ist ein Tag heute. Bordon, sein zweites Tor innerhalb von 24 Minuten. Bordon, das sind mehr als 30 Meter. Mehr als 30 Meter! Ich glaub's nicht! Marcelo Bordon mit seinem dritten Tor. Und wenn das Stadion abbrennt, er ist der Mann des Spiels. Bordon. Eine ganze Saison, wie gesagt, nicht ein Griffe und jetzt gleich drei. 30 Meter. Also die, als Schiff, sagt mir noch nicht so viel. Jetzt müssen wir noch mal in Ruhe gucken, denn so ein Tor kann eigentlich nicht fallen. Drei-Mann-Mauer, eher Alibi, okay. An der Mauer vorbei. Streller macht das ganz geschickt. Nimmt vielleicht Rheinke ein bisschen die Sieg. Aber der Ball ist ja eh nicht lange unterwegs.